Hi, ich bin Sebastian Glöckner und ich zeige dir mal, wie Udemy funktioniert und wie viel du mit Udemy so verdienen kannst. Man denkt ja immer, ja die Kurse werden so rabattiert angeboten, das lohnt sich nicht so richtig, das sind ja nur 10 Euro und da kriegst du nur die Hälfte davon. Was machst du da überhaupt? Verkaufst du deinen Kurs woanders, da verdienst du viel mehr. Und ich habe das ja schon mal in einem anderen Video gesagt, wenn du es schaffst, deinen Kurs woanders teurer zu verkaufen, dann mach das. Aber Udemy schenkt dir eben diese unwahrscheinliche Reichweite, diesen unfassbaren Traffic und selbst wenn du nur 10 Euro verdienst pro Kurs und du verkaufst dann aber auch 100 Kurse am Tag, dann hast du trotzdem 1000 Euro verdient. Und ich zeige dir das mal ganz kurz. Ich gehe mal auf meinen Bildschirm, gebe hier mal Udemy.com ein und jetzt siehst du es hier, hier sind ja irgendwelche Kurse. Zum Beispiel hier ist ein Excel-Kurs von mir, da klicke ich jetzt nicht drauf, aber ich bin ja eingeloggt. Ich nehme einfach mal den Kurs hier und guck mal hier, wie viel eingeschriebene Teilnehmer der hat. Das muss nicht unbedingt heißen, dass die alle bezahlt haben. Man kann auch mal ein paar verschenken, zum Beispiel wenn man sagt, bitte um Bewertung oder gerade ganz am Anfang, um sich Feedback zu holen. Ja, das ist auch normal. Du weißt nicht, wie viele das jetzt wirklich gekauft haben, aber im deutschsprachigen Raum ist es so, dass du schon davon ausgehen kannst, dass die meisten gekauft haben. Das heißt, dieser Kurs hier, das sind 2600 und sagen wir mal wirklich so Worst Case, was nicht stimmt, aber Worst Case ist immer für 10 Euro verkauft worden und der Dozent kriegt immer die Hälfte. Dann sind das 5 mal 2600. Ja, das sind über 10.000 Euro, die derjenige mit diesem Kurs verdient hat, der ist zweieinhalb Stunden lang. Ja, und es ist eben so, die Kurse werden manchmal für 10 Euro verdient, manchmal für verkauft, manchmal für 20, manchmal für 15 Euro und du kriegst ungefähr die Hälfte, kriegst du ausgezahlt. Aber wenn du selber Werbung machst, also wenn du mehrere Kurse hast und du bewirbst von Kurs A, Kurs B, also du sagst zum Beispiel, guck mal, ich habe hier meinen neuen Linux Kurs, kauf den doch mal, dann kriegst du 93 Prozent. Ja, das ist eben dann eben nicht 5 Euro, sondern 9 Euro noch was. Und deswegen ist das eine pessimistische Annahme, dass er immer nur 5 Euro gekriegt hat. Aber sagen wir es einfach mal so. Und daran siehst du, wie viel Power da drin ist, wenn du deinen eigenen Kurs hast, auf deiner eigenen Plattform, irgendwo gehostet und der kostet 200 Euro. Ja, dann verkauf den erstmal, schaff das erstmal mit Online-Marketing und so weiter. Wie oft musst du den verkaufen und 10.000 Euro verdienen? 50 Mal? Ja, viel Spaß. Ja, das ist echt nicht einfach. Und vor allem, das bleibt dir unbenommen, das kannst du immer noch machen. Wenn du Udemy erstmal im Griff hast und weißt, ob deine Kurse gut sind und wie das Ganze funktioniert und das hast du schön geschliffen anhand von Feedback und hast deine ersten 10.000 oder 20.000 Euro oder so verdient, ey, dann geh doch auf deine Webseite, geh raus in die Welt und verkauf einen Kurs zu einem höheren Preis. Du kannst es sogar, und dann kannst du auch Geld in Facebook-Werbung und sowas investieren. Das ist echt teuer. Oder wie auch immer du das machen willst mit irgendeiner Mailing-Liste oder keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig. Und du kannst sogar beides parallel machen. Du kannst sogar hingehen und den Kurs bei Udemy verkaufen und dann ein bisschen umbenennen und gleichzeitig irgendwie auf deiner Webseite für Zehnfache verkaufen. Das ist nicht verboten. Udemy erlaubt das sogar. Das heißt, ich kann wirklich absolut jedem empfehlen, seine Kurse bei Udemy anzubieten. Und wenn du eben die richtigen Methoden anwendest, man muss natürlich wissen, wie es geht, ist nicht so ganz einfach. Also wenn du es weißt schon, wenn man halt die richtigen Methoden anwendest, dann kannst du halt wirklich solche Zahlen hier erreichen. Und dann kannst du dir da ganz gut was nebenher verdienen. Und es ist eben deine Entscheidung, wie viel Arbeit du investierst, ob du jetzt, was weiß ich, 1000 Euro im Monat verdienen willst oder ob du vielleicht sogar davon leben willst. Oder ob du es einfach so nebenher machst. Wie viele Leute, die haben halt einen Hauptjob und machen das noch nebenbei und verdienen sich mal 500 oder 1000 Euro nebenbei dazu. Das ist absolut kein Problem. Und wenn es sich interessiert, kannst du dir mein E-Book runterladen, ein kostenloses E-Book. Da habe ich das mal so kurz und knapp zusammengefasst. Ja, ansonsten sei inspiriert und glaub mir, ich mache es seit 2014. Ich habe jetzt über 80.000 eingeschriebene Teilnehmer. Ich habe ganz viele Kurse gemacht, habe alles ausprobiert. Also ich weiß wirklich, wovon ich spreche. Und ich kann dir sagen, ich würde es nicht machen, wenn es nicht total lohnen würde. Ich mache auch immer wieder neue Kurse bei Udemy. Also wann fängst du damit an?